Wie genau läuft bei uns eigentlich das Erstgespräch ab? Die Antwort auf diese Frage erhältst du in diesem Video. Wenn du dich fürs Sprecherwerden interessierst, dann bist du bei uns nicht nur an der richtigen Stelle, sondern kannst dich auch über unsere Website direkt super easy für ein Beratungsgespräch eintragen. Bevor wir dieses Beratungsgespräch mit dir führen, wo wir natürlich sehr ins Detail gehen und dir einen komplett individuellen Plan ausarbeiten, mit dem auch du als Sprecher starten kannst, führen wir erstmal das Erstgespräch mit dir. Das Erstgespräch geht ungefähr 10 bis 15 Minuten und wir stellen dir ein paar Fragen, um etwas herauszufinden über deine Motivation, warum du Sprecher werden willst und ob du natürlich auch einige Dinge mitbringst, die es eben braucht, um Sprecher zu werden. Keine Sorge, nur weil du vielleicht ein Dialekt haben solltest oder weil du mit Technik nicht ultra gut umgehst, sind das noch lange keine Ausschlusskriterien. Das heißt, trau dich bitte, dich auch wirklich bei uns einzutragen und mit uns darüber zu sprechen. Was wir im Erstgespräch außerdem machen, ist einfach deine Situation zu analysieren. Das heißt, wir sagen dir ganz genau, okay, macht es gerade überhaupt Sinn für dich, so eine Sprechausbildung zu machen oder eher nicht? Und wir sind auch zu jedem zu 100 Prozent ehrlich, weil es macht auch für uns oder für mich wenig Sinn und ich habe dabei auch kein gutes Gefühl, ja, von irgendwem Geld zu bekommen und bezahlt zu werden für eine Sache, die am Ende vielleicht nicht klappt, weil du zeitlich dafür nicht geeignet warst zu dem Zeitpunkt oder weil du so einen heftigen Dialekt hast, dass es absolut nicht klappt. Das heißt, wir sagen dir auch im Erstgespräch schon, hey, macht das gerade Sinn bei dir oder auch nicht? Und das, wie gesagt, innerhalb von 10 bis 15 Minuten. Sollte sich in diesem Erstgespräch herausstellen, dass wir, also du und wir, uns eine Zusammenarbeit vorstellen können miteinander, dann vereinbaren wir einen Termin für ein kostenloses Beratungsgespräch. Mit anderen Worten, du hast absolut nichts zu verlieren. Sowohl das Erstgespräch als auch das Beratungsgespräch sind komplett kostenlose Gespräche. Also trag dich ein, wir freuen uns sehr darauf, einmal persönlich mit dir zu sprechen. Das geht super schnell und wer weiß, vielleicht führen auch wir dich als nächstes zum Erfolg vom Mikrofon. Wir freuen uns auf dich. Bis dann.